Stehst du auf Unterdrückung? Unterdrückung steckt in deinen Schuhen. Arbeiterinnen und Arbeiter berichteten uns davon, dass sie oft zu Überstunden gezwungen werden, um ihre Aufträge zu schaffen. Auch gibt es häufig Strafen zur Disziplinierung, zum Beispiel Verwarnungen, Abzüge vom Lohn, Beschimpfungen oder Erniedrigungen. Noch dazu haben die Arbeiterinnen und Arbeiter kaum eine Möglichkeit, sich direkt zu beschweren. Das liegt vor allem daran, dass es in vielen Produktionsländern keine Gewerkschaften im Betrieb gibt und repressiv gegen Menschen vorgegangen wird, die sich organisieren. Auch in Rumänien berichtete uns eine Fabrikarbeiterin, wir werden schlecht behandelt, wir haben keine Wahl, wir haben nichts zu sagen. Selbst wenn es eine Gewerkschaft im Betrieb gibt, wird ihre Arbeit oft behindert. So werden Arbeitskämpfe und Streiks oft gewaltsam niedergeschlagen. Die Arbeiterinnen und Arbeiter haben daher große Angst, sich zu organisieren und für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen zu kämpfen. Das Recht auf Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit wird somit systematisch untergraben. Dies ist untragbar. Denn Vereinigungsfreiheit ist ein Menschenrecht. Und Unternehmen dürfen sich nicht vor ihrer Verantwortung drücken, grundlegende Menschenrechte entlang ihrer gesamten Lieferkette einzuhalten. Die Kampagne Change Your Shoes macht auf die vorherrschenden Missstände in der Leder- und Schuhproduktion aufmerksam. Teile dieses Video, informiere dich weiter auf www.incota.de und unterstütze unsere Kampagne Change Your Shoes. berätta曲 mit ein anderes Öl- und Schuhproduktion und können meinen Kunden mit einem Schufer